Ne, bleib mal bitte, ich möchte dir was zeigen. Ne, das geht jetzt gerade nicht. Doch, guck mal, weil ich... Ne, geh mal bitte weg. Lass mich mal bitte in Ruhe. Ich bin so ein großer Fan von dir. Ich kann jetzt gerade nicht. Schon immer, bitte, tschau. Kann jetzt gerade nicht. Doch, Klaas, guck mal. Ich bin so ein großer Fan von dir. So ein großer Fan. Ach, das ist cool. Ich liebe dich. Wenn ich jetzt nicht sofort gehe, ist hier Schluss.